Sie sind hier, 15. August 2018, 10.41 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern Ratprofi Simon Geschke verlässt nach 10 Jahren das Team Sunweb Urheberrecht Getty Images Deutschlands Ratprofi Simon Geschke wechselt nach 10 Jahren bei Sunweb das Team. Er 32-jährige Berliner schließt sich dem Team CCC an. Der deutsche Ratprofi Simon Geschke sucht nach 10 Jahren beim Team Sunweb und dessen Vorgängermannschaften eine neue Herausforderung. Er 32 Jahre alte Berliner schließt sich zur kommenden Saison dem künftigen Team CCC an, das ab 2019 den Radhersteller BMC als Haupt- und Namenssponsor ablöst. Simon kann auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken. Er wird das Team mit seiner Erfahrung bereichern, sagte Teammanager Jim Okovic. Geschke meinte, ich wollte wenigstens einmal in meiner Karriere die Mannschaft wechseln und denke, dass dies der richtige Zeitpunkt ist. Geschkes größter Karriereerfolg ist ein Etappensieg bei der Tour de France 2015. Bei der Tour 2018 präsentierte er sich in starker Verfassung und war in den Bergen zumeist letzter Helfer des Gesamtzeiten Tom Dumoulin, Niederlande. Untertitelung des ZDF für funk, 2017